Ich fühl mich total nackt, aber das ist gar kein Problem, denn Weihnachten ist die perfekte Zeit, um mal wieder coole Nail-Designs zu machen und wir haben auf Instagram mal nachgefragt, was du so mit Weihnachten und Winter verbindest. Und das kling ich jetzt auf die Nägel? Geil. 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 Was ist mit uns? Ich weiß nicht. Und ein bisschen Zuckerschock. Wir haben gerade drei Videos gedreht. Und ganz viel Zucker. So, und während ich dir jetzt deine Nägel mache, können wir die Zeit nutzen für einen kleinen Naila-Talk und uns ein bisschen über Weihnachten unterhalten, oder? Ja, voll. Boah, so ein Lebkuchen auf die Nägel. Das ist echt nicht so einfach. Ja, aber Lebkuchen gehört wirklich zu Weihnachten dazu. Also, für mich ist das schon immer so das Highlight. Stimmt, da hast du auch richtig geile Rezepte. Du bist so ein richtiger Lebkuchen-Gewürz-Typ, ne? Du machst das überall rein. Aber du weißt, dass du den Lebkuchen nicht essen kannst. Warum? Naja, wäre jetzt nicht so gesund Nagelack zu essen. Ich hoffe, aber der kleine Mann gefällt dir trotzdem. Und süß, ich hab ihn gern. Lichterketten gehören für mich aber nicht nur zu Weihnachten. Also, ich finde sie voll schön, aber ich finde sie jetzt nicht speziell weihnachtlich eigentlich. Ne, stimmt, weil, also ich kenne keinen, bei dem so viele Lichterketten das ganze Jahr hängen. Das klingt jetzt voll übertrieben. Wie so eine Katzenmauer. Ich hab drei Lichter... Du hast doch auch eine Lichterkette. Bei meinem Freund haben wir so eine... Da haben wir Herrn oder Sterne. Die liebe ich. Die hängt eigentlich immer, aber an ist sie immer nur um die Weihnachtszeit. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Voll krass. Ich finde, das ist immer so eine richtig schöne indirekte Beleuchtung. Ich bin, glaube ich, wirklich so voll die Dekotante. Also, ich mag es auch voll saisonal, irgendwie im Herbst, so ein bisschen herbstlich Kastanien und im Winter, da geht mein Herz auf. Ich hasse Schnee. Also, das sieht total schön aus, ich mag, ich mag den, ich mag die Kälte einfach nicht. Aber ich finde das voll schön. Schneemann. Sobald er die Nase hat, ist geil. Ja, aber wo willst du da die Nase machen? Also, Winter finde ich jetzt auch nicht so geil, nur wenn halt Schnee liegt und dann finde ich das richtig angenehm, auch draußen zu sein. Aber so matschiger Schnee. Nee, sondern wirklich so ein Schnee, wo du einen Schneemann bauen kannst, zum Beispiel. Also, vor allem jetzt, wo man halt Tante ist, kann man halt dann auch mal mit... Stimmt. Und in dem Fall mit deinen Nichten, ich mit meinen Neffen, kann man Schneemann bauen und so. Das ist doch voll schön. Über was würdest du dich mehr freuen, Sunny? Über ein neues iPhone oder über ein Weihnachtsgedicht? Von wem? Deiner Mama. Mann, ich will nicht so materiell sein, aber was würdest du nehmen? iPhone. Ja, ich auch, weil das Gedicht... Also, ich weiß, meine Mama würde mir gerne ein Gedicht schauen, aber meine Mama schenkt mir eh immer mehr als eine Sache. Kann deine Mama mir ein Gedicht schreiben? Ich finde das voll süß. Boah, Weihnachtsbaum ist bei meiner Familie so ein Thema, weil wir sind immer erst am 24. losgefahren und haben so kurz vor knapp noch irgendeinen krippeligen Baum irgendwo abgeholt und haben den dann auch dann so ganz kurzfristig noch geschmückt und so und ja. Wie war das bei dir? Also, bei uns ist es immer mega chillig, weil ich bin überhaupt kein Fan von echten Baum. Ich weiß, voll viele finden es ganz schlimm, so künstliche Bäume. Du guckst mich auch gerade ganz böse an, aber ich bin auch voll der Fan von, weil den kannst du einfach voll entspannt aufstellen. Du hast keinen Stress, du hast hinterher keine Nadeln und der sieht halt trotzdem voll schön dekoriert aus. Aber es riecht so gut. Ja, dann sprühst du einen Raumduft-Spray, ich weiß. Nee, ich verstehe das schon, dass man das mag. Und wann habt ihr den geschmückt? Also, ich bin immer voll früh schon dran. Ich mochte es. Meine Mama hat immer Anfang Dezember spätestens losgelegt und losgeschmückt und es ist dann auch richtig lang geblieben. Also, vor dem 6. Januar ist auf jeden Fall nichts weggekommen, wenn nicht sogar länger. Ich habe ja am 19. Januar Geburtstag und ich kann mich erinnern, dass das schon manchmal so war, dass wir dann so Stress hatten, weil Kindergeburtstag war, dann vorher noch den Baum wegzuschaffen. Oh no. Aber gut, dann stand der für euch halt auch nicht so lange, weil er stand ja erst seit dem 24. Stimmt, ja. Weißt du, was ich noch lieber mag als Sterne? Schoko-Sterne? Und Zimt-Sterne. Mit Schoko-Glasur. Ich finde es total krass, dass du mir gesagt hast, dass an deinen Lieblingsplätzchen nichts mit Schokolade zu tun haben. Das ist wirklich krass, ne? Aber ich kann es verstehen. Wir haben ja das Rezept auch schon geteilt hier und du hast ja auch schon probiert. Und Zimt ist echt so heißer Anwärter auf Konkurrenz zu Schokolade. Weiße Weihnachten. Was meinst du, wie stehen die Chancen dieses Jahr? Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass wir Weiße Weihnachten bekommen. Schnee hat keine Regeln, außer dass es kalt sein muss. Ich kann mich auch gar nicht mehr erinnern. Ich weiß noch einmal, war es Weihnachten so warm, dass wir gegrillt haben. Was? Da hat es doch über 10 Grad oder so. Aber ich hätte Lust auf Weiße Weihnachten. Geht. So, am 24. darf doch mal Schnee liegen und am nächsten Tag dann wieder weg. Damit wäre es auch einfach schlecht. Damit wäre ich okay, wenn es der einzige Tag im Jahr ist. Oder die Feiertage vielleicht. Okay, ich habe einen besonderen Wunsch. Ich wünsche mir, dass du mir da jetzt Roman als Weihnachtsmann einmal... Roman? Ja. Wie soll ich die Gesichtsformen kriegen? Da weiß der, wenn der einen Bart anhat und einen Mütz. Da sieht man eh nichts davon. Wer kam bei dir eigentlich? Weihnachtsmann oder das Christkind? Das war tatsächlich jedes Jahr im Wechsel. Okay. Manchmal gab es Cola, manchmal gab es Kirche. Nee, die Kirche sind wir tatsächlich jedes Jahr gegangen bis zu meiner Konfirmation. Okay, krass. Ähm, also halt auch das einzige Mal im Jahr. Nach meiner Konfirmation hatte ich die Schnauze dann erstmal voll. Aber, ähm... Nee, es war tatsächlich immer im Wechsel. Mal kam der Weihnachtsmann und mal das Christkind. Aber es hat immer das Klöckchen geläutert. Ja, bei mir war es immer das Christkind. Ich habe zwar irgendwie akzeptiert, dass es auch den Weihnachtsmann gibt, aber ich dachte mal, es wäre der Nikolaus. Ich habe das immer irgendwie verwechselt. Nein, 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 weil der Nikolaus ist eine heilige Figur und der Weihnachtsmann ist einfach eine Cola-Figur. True. Der Nikolaus existierte wirklich mal. Und manch, manch Weihnachtsmann ist eine Kartoffel. Ja, der ist jetzt sehr kartoffelig geworden. Das ist eine Kartoffel. Ich bin einer Weihnachtsmütze. Ey, ne, ich kann schon keine Herzen normal malen, ne? Aber dann auf den Nägeln. Das ist halt der Überfail. Das ist halt voll krass, dass du einfach so einen Schneemann dahin malst und so beim Herz dann so einen Struggle hast. Fertig. Puh, gar nicht mal so einfach. Aber ich finde es voll süß. Es ist schon ein bisschen cute. Aber verrat uns du doch jetzt mal in den Kommentaren, ob du ein Fan wirst von Nail-Designs oder ob du lieber einfarbig hast oder gar kein Nagelack. Wenn du dich für Beauty allgemein interessierst, dann haben wir sogar eine Beauty-Playlist. Die findest du hier. Und wenn du einfach nur des Adventskalenders wegen hier wirst, dann schaue ich dir hier nochmal das letzte Video an. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. 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 Tschüss.